Guten Abend zusammen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem DFB-Pokal-Viertelfinale. Ich begrüße auch die beiden Cheftrainer bei mir und bitte den Gästetrainer Elin Terzic um sein Statement zum Spiel. Guten Abend zusammen. Als allererstes Marco Dier, deinem Trainerteam und deiner Mannschaft Glückwunsch zum Einzug ins Halbfinale. Es war leider ein verdienter Sieg für Leipzig. Wir sind katastrophal ins Spiel gekommen. Wir waren dann noch sehr gut bedient, dass es 0-0 stand in der Anfangsphase in den ersten 10-15 Minuten. Und dass es dann auch nicht besser wurde bis zur Halbzeitpause. Da hat Gregor dann dafür gesorgt, dass wir nur 0-1 hinten lagen. Es war dann in der Halbzeitpause nochmal sehr deutlich, wieso wir hier sind, was wir verändern müssen. Und wir haben dann in der zweiten Halbzeit im Bereich der Bereitschaft, im Bereich der Intensität und Härte uns verbessert. Aber es wurde dann immer noch nicht gut, besonders in der offensiven Durchschlagskraft. Wir haben es immer noch nicht geschafft, hinter die Abwehr des Gegners zu kommen. Wir konnten keine Entlastung sorgen. Wir konnten keine klaren Torchancen rausspielen. Bis auf eine dann in der Schlussphase durch Jamie Beino Gittens. Und dann wird es natürlich schwer, hier in die nächste Runde einzuziehen. Deshalb, es war ein katastrophales Spiel in der ersten Halbzeit. Es war ein scheiß Abend grundsätzlich, weil wir uns vorgenommen haben, nicht nur in die nächste Runde einzuziehen, sondern die Chance war groß, den Pokal zu gewinnen. Und das haben wir nicht geschafft. Und dementsprechend sind wir sehr enttäuscht heute. Und jetzt geht es trotzdem darum, den Blick ab morgen nach vorne zu richten, weil es gibt noch einen wichtigen Wettbewerb, wo wir eine gute Rolle mitspielen wollen. Aber wenn man die Leistung heute sieht und vor allen Dingen dann den Auftritt auch in München, wird es schwer, wenn wir so weiterspielen. Dankeschön. Vielen Dank. Dann, Herr Marco, dein Fazit bitte. Vielen Dank, Edin, für die Glückwünsche. Ich glaube, wie schon gesagt, ein sehr verdienter Sieg, eine starke Leistung, vor allem in der ersten Halbzeit meiner Mannschaft, in vielen Bereichen richtig gut. Sehr griffig gegen den Ball, gute Ballgewinne, im Umschalten sehr gut, sehr zielstrebig Richtung Tor, eine Menge Torchancen dann auch schon vor dem 1-0 gehabt. Das 1-0 dann hervorragend rausgespielt über Momo als Innenverteidiger, der sich dort als Assistgeber im Strafraum gezeigt hat. Und sind dann auch gut aus der zweiten Halbzeit rausgekommen, wussten natürlich, dass Dortmund auch was anpassen wird, haben aber auch darauf gut reagiert. Haben dann natürlich auch nicht mehr die extreme Kontrolle über hohes Pressing gehabt, sondern auch ein bisschen tiefer verteidigen müssen. Hatten noch eine Menge guter Umschaltsituationen, wo wir am Ende dann zum Glück noch eine genutzt haben. starke Mannschaftsleistung, am Ende musste dann sogar unser Torhüter dann auch nochmal eingreifen. Das setzt so der Mannschaftsleistung ein bisschen die Krone auf, dass Yannis, der wenig gefordert war, am Ende dann aber nochmal den wichtigen Ball von Jamie dann klärt. Und dementsprechend bin ich sehr einverstanden mit der Leistung und wir freuen uns alle für den Verein, für die Fans über den Halbfinaleinzug. Danke Marco, dann kommen wir zu Ihren Fragen. Hier vorne bitte. Gregor Kobel stand heute unter besonderer Beobachtung nach dem Spiel in München. Wie beurteilen Sie seine Leistung, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit? Ja, das habe ich ja gerade schon in meinem Statement erwähnt, dass wir uns bei Gregor bedanken können, dass es nur 0-1 stand bis zum Ende des Spiels dann. Und Gregor ist der einzige, den wir aus der Kritik rausnehmen können. Ansonsten haben wir kollektiv kein gutes Spiel gezeigt. Die einzige Ausnahme war Gregor und der Gästeblock, der heute trotz dieser Leistung von der ersten bis zur letzten Sekunde uns unterstützt hat und dafür gekämpft hat, dass wir hier noch den Ausgleich erzielen. Aber Gregor hat das, was ihm jetzt in den letzten Tagen immer wieder, worauf wir angesprochen wurden, heute eindrucksvoll bewiesen, dass ihn das jetzt, was am Samstag in München passiert ist, heute nicht beeinflusst hat in seiner Leistung. Fabian Held für die Freie Presse. Einen davor. Herr Rose, das erste Tor, war das so ein bisschen auch die Idee, die Sie hatten vor dem Spiel? Also rechte Seite überlagern, dann da die Angriffe starten, haben Sie da die Schwachstelle gesehen? Also war es ein bisschen so, wie Sie es erträumt hatten, das Tor? Ich träume von anderen Sachen. Wir hatten eine Idee, um ehrlich zu sein, gehört jetzt nicht zu der Idee, dass Mo Simmerkahn dann als Innenverteidiger im Sechzehner auftaucht und den Ball querlegt und wir ein Tor machen. Aber wir hatten natürlich auch mit der Systemumstellung irgendwo einen Plan, der schon ganz gut gegriffen hat. Vor allen Dingen im Attackieren, im Anlaufen haben wir über unsere Flügelverteidiger so dieses einleiten Außenverteidiger von Dortmund ganz gut verhindern können. Wir haben dort viele Bälle auch schon gewonnen. Und ja, Timo als Mittelstürmer heute dann auch in der Mittelstürmerposition beim Tor. Dementsprechend freuen wir uns. Martin Henkel, MZ und RB Live. Herr Rose, das war heute ein RB, das anders aufgetreten ist als gegen Mainz. Wie haben Sie es in dieser Woche geschafft, das Team nochmal so neu zu formatieren, dass es irgendwie mit diesem Wurf und dieser Leidenschaft und dem Engagement von der ersten Minute an ins Spiel gegangen ist? Ja, ich habe euch das ja versucht in der PK auch gestern schon zu erklären. Das war dann vielleicht hier und da ein bisschen bissig, kam ich rüber. Aber es ist Energie da, die ist immer da. Und die habe ich immer gespürt bei der Mannschaft. Wir haben nie verunsichert gewirkt. Das war das, was ich euch erklären wollte. Und trotzdem haben wir keine Ergebnisse bekommen in der Häufe in den letzten Wochen. Aber wir haben in Dortmund zum Beispiel schon ein sehr ordentliches Spiel gemacht, verloren. Wir hatten in Bochum Chancen und haben verloren, auch wenn wir dort hätten mehr Chancen haben müssen und können. Und wir haben, und das wissen wir, gegen Mainz einfach wirklich einen richtig schlechten Tag gehabt, wo alle hier unzufrieden waren, wo die Leistung nicht gestimmt hat. Trotzdem wollten die Jungs, aber wir hatten falsche Lösungsansätze. Aber wir haben für uns schon immer gefühlt, dass wir wissen, was wir können und dass da auch nichts verloren gegangen ist. Also wenn wir uns jeden Tag treffen, dann merkt man, dass da eine Menge da ist, dass wir wollen. Und trotzdem muss man die Jungs auch manchmal anschieben. Ich würde mir wünschen, dass ich das weniger tun muss, sondern dass viel von innen kommt. Und heute haben sie einfach wieder mal, heute waren wir wieder wir. Das ist das Schöne. Yvonne Gabriel für die BILD in Leipzig. Rede vor dem Spiel, die Jungs auch nochmal richtig heiß gemacht. Kannst du uns einen kleinen Einblick geben, wie du sie versucht hast, da zu packen und am Ende auch gepackt hast? Und mit Bayern hat sich ja gestern ein großer Favorit auf den Titel verabschiedet. War das vielleicht auch nochmal ein Extraschub, eine Extramotivation? Das haben wir schon kurz thematisiert, aber das hat uns heute jetzt auch nicht geholfen. Und die nächsten Aufgaben werden auch nicht leicht. Das ist ja klar, ich weiß jetzt gar nicht, ob meine Rede so spannend war, behalten wir dann auch für uns. Es ist Kabine. Tom Bachmann, DPA. Herr Rose, hallo. Hi. Sie gucken so skeptisch. Ich habe nochmal eine Frage, wahrscheinlich zum Komplex Energie, den Sie angesprochen haben, was mich so ein bisschen, ja, wovon ich nicht zu träumen gewagt hätte, war Ihr Sprint, Ihre Sprintfähigkeit nach dem 2 zu 0. Ich weiß nicht, ob wahrscheinlich keine Verletzungsangst Ihrerseits da, aber vielleicht können Sie uns mal kurz mitnehmen, was da emotional so in Ihnen vorging oder was von Ihnen abfiel. Ja, war ja dann schon ein langer Konter auch. Ich konnte mich vorbereiten, sozusagen noch warm machen. Kefko hat das dann hervorragend ausgespielt. Es waren, glaube ich, am Anfang vom Konter waren acht Jungs dabei. Und das zeigt so ein bisschen, was da heute auch drin war. Die das Tor machen wollten, irgendwann an der Mittellinie haben vier abgebrochen. Aber dann sind noch vier andere weitergelaufen und haben den Angriff zu Ende gespielt. Und es war halt die Entscheidung in einem Entscheidungsspiel. Und dementsprechend ist viel von uns allem abgefallen in der Phase, wo wir das ein oder andere Thema haben. Und ich habe gerade zu den Athletiktrainern gesagt, wo einer Hürden-Sprinter war, wenn er mir die Dinger da aufgebaut hätte, dann wäre ich da auch über einen nach dem anderen drüber gemacht. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich dann in der Kabine schon auch eine Viertelstunde bis 20 Minuten gebraucht habe, plus Wechsel-T-Shirt, um wieder zu Atem zu kommen. Sport ist vorbei. Javi Káceres für die Süddeutsche Zeitung. Herr Rosa, Sie sagen zu Recht, es sei eine sehr gute Mannschaftsleistung gewesen. Aber ich würde Sie trotzdem um eine kurze Bewertung der Leistung von Dani Olmo bitten, der ja heute nach langer Zeit wieder einen Startelf-Einsatz hatte. Ja, auch das ist ja Teil dessen, was ich immer wieder so ein bisschen versuche anzusprechen und natürlich auch nie ein übergeordnetes Thema sein darf und soll. Aber Dani Olmo ist ein Unterschiedsspieler, ein außergewöhnlicher Fußballer, der auch heute unserem Spiel wieder Tempowechsel gegeben hat, der im richtigen Moment richtige Pässe spielt, der Bälle sichert und festmacht, der enge Eins-gegen-eins- oder Eins-gegen-zwei-Situationen auflöst, der trotzdem auch heute gut gegen den Ball gearbeitet hat, der auf seine Art und Weise ein Gewinnertyp ist und der hat uns halt über viele Wochen schmerzlich gefehlt und jetzt haben wir ihn hoffentlich dann so wieder auf dem Feld. Es war klar, dass er heute nicht 90 kann, das war klar. Jetzt müssen wir gucken, was am Samstag geht, wie er morgen dann dasteht. Und wenn dann noch Christian Kunko dazukommt und Xaver Schlager, dann macht das halt auch was mit unserer Mannschaft und dementsprechend war es heute auch ein wichtiger Faktor für uns, dass wir ihn auf dem Platz haben konnten. Da hat man das alles beantwortet, herzlichen Dank. Javier? Okay, allerletzte, ja. Ja, bevor ich da etwas falsch zuspitze, wenn ich Sie richtig verstehe zwischen den Zahlen, Herr Terzic, dann haben Sie heute Abend wenig Neigung von Ihrer Mannschaft, als einen möglichen Meisterschaftskandidaten zu sprechen. Ist das korrekt? Ja, wenn man sich die Leistung heute und am Samstag ansieht, dann wäre es schon eher vermessen, darüber zu sprechen heute, weil wir das jetzt erstmal gerade rücken müssen von der Leistung her. Es gibt für uns keinen Morgen in diesem Wettbewerb, das ist halt sehr enttäuschend. Und wenn man sich dann halt einfach ansieht, wie wir am Samstag aufgetreten sind und halt heute in allen Bereichen, dass wir uns gewundert haben, dass es Zweikämpfe gibt, sowohl wenn wir den Ball haben, als auch wenn der Gegner den Ball hat. Wenn man im Passspiel dann sich nicht dem Ball zuspielt, sondern einfach Bomben verteilt und dann den Mitspieler alleine lässt. Daraus müssen wir halt einfach lernen, dass man nicht vier Ballkontakte braucht, um eine Entscheidung zu treffen, weil man so viel Unterstützung bekommt. Das waren die Dinge, die heute uns einfach nicht gefallen haben. Trotzdem wissen wir um unsere Position in der Bundesliga. Es ist jetzt mit uns der dritte Verein aus den Top drei dann im Pokal ausgeschieden. Für uns geht es jetzt nur noch um den Wettbewerb in der Bundesliga und in der Sicherung des Champions-League-Platzes. Und trotzdem wissen wir, dass wir die Leistung deutlich verbessern müssen, wenn wir da noch eine wichtige und eine gute Rolle spielen wollen. Wir haben dafür eine richtig schwere Aufgabe vor der Brust, mit Union Berlin am Samstag im Heimspiel. Und wir haben aber auch gezeigt in dieser Saison, dass wir bereit sind, aus Fehlern zu lernen, dass wir bereit sind, füreinander da zu sein und aufzustehen. Und dafür haben wir eine richtig gute Möglichkeit dann am Samstag. Und dann, wenn wir es schaffen, an vielen Dingen anzuknüpfen, die uns in den letzten Wochen und Monaten stark gemacht haben, die dafür gesorgt haben, dass wir dann nur eine Niederlage bis jetzt in der Bundesliga in 2023 erlitten haben, wenn wir das hinkriegen, das dann wieder in die richtige Richtung zu schieben, dann haben wir auch die Möglichkeit, am Ende der Saison trotzdem noch einen Titel zu feiern. Aber dafür müssen wir erstmal die Leistung steigern. Jetzt aber vielen Dank, schönen Abend, gute Nacht und euch eine gute Heimreise. Dankeschön.